Was hat der größte Entdecker der Weltmeere mit Cannabis gemeinsam? Nein, nicht der Kollege. Der hier, Christopher Columbus. Dieser Bro hat nämlich seine eigene Statue in Barcelona mit Cannabis geschmückt. Aber warum? Vielleicht war er das erste Kamel, das die Pflanze nach Amerika geschmuggelt hat, um dann mit den Urentwohnern seine Entdeckung mit der Friedenspfeife zu feiern. Oder liegt es vielleicht daran, dass Amerika ohne Hanf niemals erreicht hätte? Denn wenn immer von Cannabis die Rede ist, denken die meisten Menschen sofort an die ballernde Wirkung. Doch Cannabis kann verdammt nochmal mehr. Es ist nämlich eine der vielseitigsten Pflanzen der Welt. Und du glaubst nicht, für was Columbus die Pflanze nutzte. Denn Hanf war ursprünglich auch Material beim Schiffsbau. Hanfsamen als Nahrungsquelle für die Crew. Hanföl wurde für die Schiffslampen genutzt. Und diese Lampen ermöglichten es Columbus abends in seinem Nachthemd, das ebenfalls aus Hanf bestand, aus dem Schiff zu pinkeln. Mit anderen Worten, ohne Hanf hätte Columbus nie die neue Welt entdecken können. Was dann auch die Frage klärt, und was dann auch die Stadt?